Musik Der Jugendtreff Click-In in der Marktgemeinde Gratwein-Strasengel wurde vor einigen Tagen neu eröffnet. Diese sozialpädagogische Einrichtung im Ortsteil Gratwein wurde bereits 2002 installiert. Mit der Neueröffnung ist man nun das modernste Jugendzentrum in der Steiermark. Darauf ist auch Landesrätin Mag. Uschi Lackner besonders stolz. Wenn wir sehen, was da heute in Gratwein-Strasengel mit dem Click-In los ist, dann muss man sagen, das ginge nicht ohne die Unterstützung des Landes Steiermark. Aber es ist vor allem das Engagement vor Ort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden, die das immer begleitet haben, immer noch einen Impuls mehr dazugegeben haben. Enorm wichtig, damit ein Jugendzentrum so eine Belebung und Akzeptanz erfährt, wie das hier in Gratwein mit dem Click-In der Fall ist. Mit der Planung des Neubaus wurde der Architekt Karl Valentin Schwarzl beauftragt. Was waren hier die besonderen Herausforderungen? Die architektonische Herausforderung war sicherlich, dieses Objekt, das ein Altbestand war, in das neue, in dieses gesamte neu adaptierte Zentrum einzufügen. Dann niederlich auch diese kurze Bauzeit. Wir haben immer nur in den Sommerferien, wenn Schulferien sind, Zeit gehabt, dieses Projekt umzusetzen. Und das war natürlich auch immer bedingt wettermäßig auch eine große Herausforderung. Noch vor der Gemeindefusion mit Jungdorf-Strasengel, Eisbach und Gschneid wurde der Neubau des Jugendtreffs Click-In in Gratwein im Jahr 2014 beschlossen. Sie haben den Neubau des neuen Jugendzentrums unterstützt. Wie stolz sind Sie heute darauf, dass es endlich eröffnet wird? Ja, ich bin natürlich schon stolz, aber ich glaube, stolz darauf kann der ganze Gemeinderat sein, die Altgemeinde Gratwein, denn die haben das im Gemeinderat beschlossen und die Jugendlichen haben sich das verdient. Und heute stehen wir hier zur Eröffnung und das ist natürlich sehr super für uns alle. Bei der Eröffnung wurden Freunde, Gönner und Förderer vom Jugendtreff Click-In mit einem Anerkennungspreis, dem Wall of Fame, ausgezeichnet. Gleichzeitig konnten Kids mit verdienstvollen Nachwuchssportlerinnen und Sportlern aus der Region die Eröffnungsspiele auf Pillar, Tischtennistisch und Playstation gewinnen. Ein Gewinn für die Gemeinde ist Jugendarbeit allemal, das meinte auch Jugendreferent Gemeinderat Gernot Papst. Investitionen in die Zukunft und die Jugend ist nun einmal in der Zukunft, das ist niemals verloren. Man sieht das hier an diesem tollen Jugendzentrum auch, was das für Auswirkungen hat. Und allein an der Geschichte können wir uns schon anhalten. Selbst Vincent Churchill hat schon gesagt, die besten Investitionen, die sind einfach in die Jugend. Das ist eine Zukunftsinvestition, von der die gesamte Gesellschaft im Endeffekt profitiert. Deswegen sage ich noch einmal ganz deutliches Ja und es wird sicherlich nicht die letzte Jugendmaßnahme in unserer Gemeinde sein. Das neue Jugendzentrum in Gladwein-Straßengel hat rund 800.000 Euro gekostet. Jugendarbeit ist der Gemeinde also sehr viel wert. Das ist selbstverständlich der Fall. Also es ist nicht nur wegen diesem Jugendzentrum oder wegen diesem Ausbau, sondern insgesamt. Also es gibt ja das Jugendzentrum oder diese Jugendarbeit schon seit dem Jahr 2002 in Gladwein. Und wir haben ein bisschen später nachgesagt in Ortsdell-Judendorf-Straßengel. Jetzt ist es zusammengeführt worden, Eisbruch rein und Schneizen dazukommen. Und wir haben 1500 Jugendliche und da gehört auch was da an. Darf ich den erfolgreichen Leiter des Jugendzentrums fragen, was hat sich verändert? Verändert altes Jugendzentrum, neues Click-in. Ich glaube es ist schwierig jetzt alles aufzuzählen, was sich dadurch jetzt verändert hat durch diesen Umbau. Ich glaube das Hauptargument ist einfach, dass es viel mehr Platz gibt und mit dem viel mehr Platz auch viel mehr Möglichkeiten, was man mit Jugendlichen machen kann, dass sie die Gruppen unterschiedlich aufteilen. Das ist glaube ich das ganz große Plus von diesem neuen Jugendzentrum jetzt. Eine erste Umfrage vor Ort bei Eltern und Jugendlichen hat uns dann schnell gezeigt, wie gut diese Einrichtung auch nach dem Umbau angenommen wird. Können Sie sich vorstellen, Ihr Kind oder Ihre Kinder auch in dieses attraktive Jugendzentrum zu schicken? Selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Das Jugendzentrum ist sehr schön geworden. Und ich denke mir gerade in Zeiten der digitalen Medien, des Fernsehers, der Playstation, ist es eine tolle Möglichkeit, dass Jugendliche wieder zusammenkommen, miteinander spielen, sich austauschen. Und deshalb würde ich meine Kinder selbstverständlich mitbringen. Ich habe sie auch heute mit zur Eröffnung. Sie schwirren nur gerade da irgendwo herum. Also ich kann nur sagen, das Alte hat mir immer am besten gefallen, weil da natürlich ein Söber immer da war. Ich bin mir jetzt beim Neuen zum ersten Mal herinnern. Das hat sich viel zum Positiven natürlich verändert. Der Helmer hängt sich da sehr einig, dass er da viel macht. Er ist für die Jugendlichen da, organisiert das alles gut und das wirkt sich da jetzt natürlich auch aus. Und man sieht, sie haben viel neue Sachen und ich glaube, die Kleineren, die werden sicher mit den Neigen mehr zufrieden sein. Also ich finde es viel super und es ist jetzt auch viel größer und es ist viel cool. Also es ist richtig viel cooler als das vorherige. Man hat auch viel mehr Möglichkeiten und ja. Seid ihr öfter zu Besuch im Click-In? Ja, dreimal in der Woche. Und was gefällt dir im Click-In? Ping-Pong, die PS4 und Tischtennis. Tisch. Und mir gefällt einem halt das Billard, Computerspiele und man kriegt was zum Trinken halt. Das finde ich halt cool. Über diverse Aktivitäten im neuen Jugendtreff Click-In in Gradwein-Strasengel werden wir sie natürlich auf dem Laufenden halten. Und da freuen wir uns schon drauf. Bis zum Teil. Tschüss. 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 Tschüss.